es war nicht so gemeint ich liebe dich das mit dem anderen hat mir nix bedeutet ich helfe dir so hallo und moin moin wie ihr seht spiele gerade am a3 altes live und das spiel bockt sich so hart ich habe das glaube ich gestern ungelogen von acht uhr morgens bis noch mal fünf uhr morgens durchgezockt so ein bisschen rollenspiel es ist ein rollenspiel server und es bockt sich einfach wie alle in ihrer rolle spielen ab und zu werdet ihr das gleich mal leben wie ich in meine rolle schüpf schlupf ich habe es aber beschlossen ich werde erst mal gleich am anfang damit es ein bisschen lustig wird polizisten trollen brauche ich denn noch magazine magazine gerade eben habe ich schon mit den leuten mit denen mit den mit den typen von eben von vom marktplatz spaß gemacht haben wir schon die polizisten verarscht es war einfach nur richtig episch sei jetzt markieren wir uns mal kurz auf der karte wo der marktplatz ist und vielleicht kommen auch gleich ein zwei polizisten die gehen für sich gefahren man kann immer so ein bisschen sprach hat kann man so ein bisschen mit verfolgen was die anderen zu sagen wache weg stecken hallo hallo hausse bin wieder nüchtern man sieht es und ohne equip ja wir sind durch die schranke gefahren und das war ein bug und dann sind wir alle explodiert ok das schöne server ist alle vier stunden ist alkohol ja aber ich habe eine entschädigung bekommen ich nehme gerade auf für youtube ich nehme gerade auf für youtube so jetzt lassen war ich so richtig ja wir haben hier drei bekannte youtuber und zwei bekannte live streamer early boy und thunder ja ich könnte zu early boy und thunder genau ja und dann haben wir noch wie heißt er noch mal kampfschaf oder so genau der ist von der von der asiatischen plässe und dann haben wir hier noch da war noch noch zwei youtuber die relativ ich glaube sechs oder sieben tausend abos haben ja ich bin noch recht klein ja ich würde feiern wenn ich sechstausend hätte ne ich meine ich bin noch ein bisschen klein ne ich bin live spieler ich mach keinen youtube der awesome ja bitte auch nix ich hab bloß high gesagt so jetzt träumen wir mal den dass da ein bisschen action hier reinkommt man sieht sich im Schritt auf so jetzt laufen wir erstmal in die richtung und zwar die sind gleich wie so kleine aufgescheuchte hühner ich muss aber schauen dass ich ihren richtig guten fluchtweg habe ne es ist nicht geeignet da hinten ist der marktplatz ich habe da natürlich ein truck kommt noch ein bulle boah sek hohohoho übel übel ich höre die hier fährt irgendwo einer wo gut dass ich gerade nicht geschossen habe ich wollte jetzt nämlich gerade losschießen jetzt werden wir echt mal gucken dass wir hier nicht gleich erwischt werden weil die ganzen lizenzen die ich schon mittlerweile habe ich habe es ja extra schon vorher angezockt dass ich ein bisschen mehr ahnung habe lass mal gucken alter die tuckern hier dauernd rum wo sind sie denn das ist kacke da kann man da hochgehen da kann man da hochgehen da gehen wir mal hoch jetzt hoffen wir mal wirklich dass er uns nicht sieht ok 3 2 1 jetzt müssen wir uns verstecken ich kann mich jetzt mal hinsetzen jetzt müssen wir mal schauen jetzt müssen wir mal schauen dass wir hier die officers ein bisschen verhauen uns ich sehe euch ich spring nicht tue es nicht Chang 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 responsibility перепack wer springt wo ach da oben guck rechts Gunter da macht mir selbst Du es nicht! Spring! Es war nicht so gemeint, ich liebe dich! Das mit dem anderen hat mir nichts bedeutet! Spring runter, komm, spring! Spring schon! Ich will doch gar nicht springen, warum drängt ihr mich denn dazu? Warte, ich helfe dir! Spring runter, hallo, 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 ich wollte doch nur die Aussicht genießen, ihr sagt gleich spring, ihr seid volle Freunde, spring, hallo, hallo, der Tilo, jetzt gehen wir mal hoch, hey! Sie waren ja gerade wegen dem De-Sync, haben sie gerade sehen getüttet. Äh? Ich glaube ich. Guten Tag! Ich weiß, sie haben gerade jemanden mit dem, was überfahren. Äh, ich wollte nicht springen. Was machen sie denn hier oben? Ich wollte mal den Markt von oben angucken, ein bisschen, ein bisschen die Stadt angucken. Mensch, hast du schon wieder zu viel getrunken? Okay. Äh, hier, der kommt doch. Nein, die kümmern sich mal um ihren Kollegen hier. Du warst da. Die Zentralbank wird ausgeraubt. Du hast nachgenommen. Du hast nachgenommen. Die sind mutig, dass sie die Zentralbank ausrauben. Ja, GhostFat zum, 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 zum Haucott hier bestimmt. Ich steigte da gleich in den Heli. Ich komme zu euch! Nein! Da fahren alle Bullen weg. Theoretisch können wir jetzt hier einen Tank ausrauben, ne? Da stehen wir auf der Behandlungsliste. Zum Zentralbank. Da sind wir irgendwas schade. Da sind wir jetzt nicht. 20.000 Strafe für 7.000 Gewinn. Ja, stimmt auch wieder, ey. Aber Zentralbank kriegst du doch auch nicht. SICHI! Ey, ey. Das war knapp. Der Wichi. Du hast wieder runtergefallen. Wichi springen, sonst töten wir dich. Wie jetzt? Okay, SICHI, wir haben hier eine Möglichkeit. Ey, du ahnst es nicht. Ohne Schlacht. Nein, das ist ein Kollege von mir. Hoffen wir, ist gut. Ich weiß. Ja. Es gibt viele Lieder. Ich wollte gerade sagen. Wieso kommt nichts zu uns? Es war nicht so gemeint. Das war nur Freundschaft. Ich würde da ja gerne zugucken, jetzt bei denen. Gucken, ob noch nicht mal ein da ist. Was klaust du mir hier alles aus dem Kussack? Bist du behämmert? Feuerwerk! Manchmal ist es einfach hier, da passiert gar nichts. Aber das Rollenspiel ist so lustig. Ich würde so hammergelustig. Jetzt haben wir da geschossen. Jetzt höre ich die Bullerei. Aber wo ist sie denn? Da hinten. Da hinten. Wie? Zentralbank schon erledigt. Zentralbank schon erledigt. Guten Tag, die Herren. Ich suche einen Freiwilligen. Freiwilligen für was? Freiwillig ist Tyron, der macht alles. Hier, da geht es hier. Ich brauche noch einen, nicht drei oder vier oder fünf. Ja, Tyron. Wofür denn? Dann bitte ich dich einmal mitzukommen. Es passiert nichts Schlimmes. Ich habe gerade einen neuen Rekruten und würde sich bitten, mitzumachen, dass er halt die Standardsachen durchführen kann. Das wird auch entschädigt in Höhe von 50.000 Dollar von mir. Sind sie damit bestanden? Jawohl, tätern sie mich. Los, ich drauf. Da steht er drauf. Immer fest drauf. Polizeigewalt, Polizeigewalt. Der zuckt noch, der zuckt noch. Einer geht noch. Das war halbe Arbeit. Voll auf den Nippel. Voll auf den Nippel, Alter. Ich habe genau gesehen. Meine Hemorien jucken schon wieder. Sichy, meine Hämorrhoiden-Salbe. Gib dem Mann eine Salbe. Gib dem Mann eine Salbe. Der braucht nicht was davon. Oh. Oh, jetzt geht es wieder. Könnt ihr nicht gefesselt lassen, sonst sieht es gar nicht hübsch aus. Der macht doch immer nur Blödsinn. Der trinkt zu viel. Ja, guck, guck. Mensch, Eckart. Bist du schon wieder in dem Malheur? Ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht so viel trinken. Leg doch mal die Buddel weg. Ich habe eine Frechheit. Gerade gewischt. Danke. Nee, nee, nee. Tehron. Mein bester Mann. So hätte ich ja nicht gedacht. Herr Tehron, Sie können sich mit Pau jetzt wieder befreien. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und Dankeschön. Jo, danke, Furi. Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank. Es waren schnell verdiente 50.000. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich suche irgendwann wieder neue. Okay. Danke. Let's go. Joho. Ey, geh von meiner Tasche weg. Ich sag's dir. Pst, pst. Mal gucken, ob die wiederkommen. Ich muss die Tarnung perfekt machen. Womit. Womit. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Zelle fühlt sich wohl. Und jetzt alle. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Die geht voll ab, ey. Die gehen voll ab, ey. Nein. Womit. Oh. Jetzt noch einmal, jetzt sind wir noch nicht drüben. Hallo euer Officer, wieso sind sie gleich doppelt da? Der ist sturzbetrunken hier. Oh, jetzt stehen ja schon vier. Wollen wir in die Ausnüchterungszelle? Ah, ne, das ist schon in Ordnung. Sind sie sich da sicher? Er wollte doch grad springen, die konnten wir grad noch so da oben runterzehren. Ne, das war mein Kollege. Ach, die waren das. Nicht ich, ne, du. Ich bin nüchtern. Ja, ja, ich hab nur geguckt, wer da hinten auf dem Balkon steht. Ich wollte Fallschirmspringen üben. Fallschirmspringen? Was wolltest du üben? Fallschirmspringen. Und wie sie sehen, lebe ich noch. Huch! Huch, jetzt bin ich schon wieder hingefallen. Eine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs hier. Der da oben auf dem Balkon steht aber auch sehr verdächtig, oder? Das ist doch kein Spieler, oder? Balkon? Die haben jetzt irgendwie ihren Verdacht, den er hinter geschossen hat, oder was, wie er es gemacht hat. Hey, form on me. Well, form on me. Oh, wer ist das denn? Guten Tag, Tyrone. Oh, Reaper. Halloy, was geht's? Wie geht's deiner Frau in den Bergen? Ganz gut, und wie geht's dir? Ja, geht. Ich bin dann ganz kurz zum ATM. Hier. Denkt dran, 20 Minuten Server ist da, Leute. Safe. 20 Minuten, was? Ähm, ich könnte erstmal so ne Bankssicherheit kaufen. Ah, stimmt. Und das ist alles schon. Oh, verdammt, ist schon wieder her. Wie bitte? Ich hätte jetzt nochmal einen Moment. Ich weiß nicht, wie das heißt. Bank Insurancy oder so. Kaufen, weil... Gibt das gerade den nicht mitbekommen? Ja. Genau, was ganz wichtig in dem Spiel ist, wenn jemand die Nationalbank ausraubt, am besten immer das Geld safen. Beziehungsweise das Versichern. Einen einzahlen. So, da hätte ich immer gesagt, das war's das für heute. Ich muss noch ein bisschen cutten hier. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Tschö-dö-dö.